Gut, dann gehen wir nochmal mit Chloe. Hallo. Pression. Oh, jetzt haben die beiden schon. Egal. Okay. Evan. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Steht da? Who needs a dorm map anyway? At least I can see that Nathan isn't in room 106 or 108. Aha. Gut. Okay. In die Duschen will ich jetzt nicht reingehen. So. So. Sit and shit. So, hier ist 106. Das ist Daniel. Weine, Hipster, Weine. Okay. Das ist nicht so das wahre. Zack oder Logan. Who knows. Bro's got a bro. Gut. This can only be Nathans room. Ja, aber ich guck mir mal noch die anderen an. Looks like one of the jocks did care about Kate. Sorry, Kate. Was ist denn das? Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. I can have a little fun with Warren for a change. I mean, he's the one who wants to go ape. And sometimes you have to take a chance and see what happens. You're made of copper and tellurium because you are. Ah, you're made of copper and tellurium because you are cute. Ach so. Gut. Äh. Das hab ich mir nicht angeguckt. Ugh, Skunkweed and Videogames. Gut, dann gehen wir mal hier rein. So. Kann ich jetzt nicht... Zeit wieder zurückdrehen. Perfekt. Ähm. David ist nicht mehr hier. Er muss erwachsen werden und sich besser benehmen. Aber es wird nicht passieren. Wenn ihr... Wenn ihr... Äh... Gut. Okay, scheinbar hat sie es herausgefunden. Ich hoffe wirklich, dass sie alle konsentungsmodelle waren. Hm. Schublade. Das ist so, Chloe. Ey Arschloff, wir müssen reden. Oder erzählen. Oh mein Gott. Chloe. Oh, Chloe. Okay. Nicht so geil. Nee. 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 Diplom. Belegten... Okay. Okay. Gut. Kamera. Das monochrome camera ist brand new. Und kostet über 6,000. Bastard. Ich dachte, Victoria hat die Fotobling. Aber... ... Medikamente. Medikamente. Ich glaube nicht, dass diese Prescription helfen hat, Nathan. Hm. Oh, da sind Fotos noch. Da unten ist ein Buch. Ich glaube nicht, dass ein Buch die Preskotten guiden kann. Wutanfall. Haben wir hier noch? Oh, ja. Haben wir ihn hier noch? Oh, Mann. Das D*** hat eine von meinen Selfies. Hm. Nathan hat das von Kates Altar genommen. Das ist eine große Frage. Nathan likes his tortured Subjects way too much. These films all have a dark pattern. Da unten? Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Von Wien. He has everything in here except peace of mind. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Jo? So, Emma. Nathan is way into this party. Bad sign. Oh, hey, my... Um. So, I'm going to... Oh, ich... Um... Oh, bastard. now I remember why I hate you and why Kate will get justice ah Sean Prescott might be Nathan's real problem Sean ist wahrscheinlich sein Vater ähm äh lass einfach anton deine Mutter will das aus deiner Bruch bei mir erwähnt den okay ähm ähh äh aus Brasilien hm kleiner Bruder ist lange her äh äh ähm äh 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 Ähm, ja, 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 Dschungel und eine Seite der Welt. Okay, das ist ja eine Komplette. This is strong stuff. Extreme Anti... Appetithämmer. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. Ähm, können... Entschuldigung. Name ist mir selbst... ...einmal wollen eine Stießausdunten um Namen... Ähm, ich möcht... Okay. Gut. Nathan Prescott. All-American Teen. Gut. Was fehlt noch? Irgendwas fehlt noch. Irgendwas habe ich noch nicht... Aha. Das habe ich noch nicht... ...sehen. So vorbewegen. Let's find out what you're hiding. Oh yes, little phone. You are mine now. Now I have Nathans phone, so I can show it to Chloe. So, dann würde ich mich mal ein bisschen beeilen. Na? Chloe, Handy. Oh yes, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and... ...creepy. Oh yeah. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me hoe. Max, I got this. Get the fuck out of my face. You are so fucking dead. Get off me, bro. Äh, Wangen aufhalten. Why are you all looking at me like that, huh? You, and you, you're all dead. Let's go. Now. Plus, my dad is on his way. You're all fucked. He owns you. Even if Nathan definitely deserved a beating. We should try to be better than that. Können ich jetzt nochmal hier rein? Nein, schade. Hm, gut. Das Wohnheim verlassen. Naja. Okay. That was intense. Warren. Thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. Uh, so maybe you better, um, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes. You are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Good good.